Untertitelung im Auftrag des ZDF Und vielleicht mal einen neuen Akku für den Gamper. Für den kleinen? Ja, der sagt irgendwie nichts mehr. Da habe ich noch welche von, glaube ich. Das ist ja so ein einzelliger, glaube ich, sitzt da drin, oder? Ja, eine Zelle. Was ist denn da links drin? Eine Drehdurchführung für Endlos. Sehr gut, ne? Ich habe keine Augen mehr. Ist das von den Ballern? Ja. Sieht ganz groß aus, ne? Gut, wie fährt er? Irgendwie gut. 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 Untertitelung des ZDF, 2020